hallo einen wunderschönen 18.03.2020 mittwoch und heißer cool und selbstverständlich minecraft es lädt noch also da doch ein bisschen wir sind schneller als das programm grüß dich stimmt grüß dich ich kann euch wieder ein paar mods installiert ups jetzt muss ich wieder ein bisschen länger laden aber es wird ich hoffe ich jetzt gut ich hoffe ihr vergeht nicht schon eine lange weile ich schon wobei heute ging es heute ging es mit mit der einen vorlesung und jetzt stream und ja das war es heute wir haben ich heute nicht gemacht weil ich die eine vorlesung aufgenommen man sieht voll krass ich habe auch lustig ich habe leider technische schwierigkeiten denn meine maus ich weiß nicht ob man sieht liegt aktuell ja die cam sieht es nicht mal meine aus maus liegt aktuell hier und normalerweise liegt meine maus hier aber bluetooth stecker von meiner maus reicht nicht so weit ich bin gerade auch von der minecraft ja ich sehe schon seit der ganze weile im discord ich habe einen rösel am fuß gehabt der hat mich gepiext okay moment wir schalten einfach mal um ich habe immer noch meine schwierigkeit ich wollte gestern weil ich ein paar neue moment moment jetzt Ich bin weiter in meinem, äh, Survival. Aber ich wollte gestern, eigentlich, da habe ich, bestimmt fünf Stunden lang, habe ich versucht, eine fucking Mod zu installieren, die bei mir einfach nicht geht. Und ich weiß nicht warum. Ich mache es genauso, wie es in der Anleitung steht, wie man die installiert. Und es geht nicht. Da kriegt man auf Dauer ein bisschen einen Hass gegen die Welt. Das ist jetzt lustig, ich muss mit den Armen über Kreuz spielen. Ja, das ist wirklich, weil ich jetzt das, was ich vorhatte, äh, nicht machen kann. Mir fehlt es ein komplettes, also mir fällt es ein komplettes Projekt weg. Nein, oh nein, das war, ah. Mal kurz nicht hingucken. Ich sag auch mal, warum, das wird nämlich meine Let's Play-Welt. Die darf niemand sehen. Dann schaut ja niemand mehr bei Let's Play. Das war jetzt dumm. Das tut mir leid. Das war jetzt selten dämlich, aber ich bin es ja gewohnt, immer auf Domino zu klicken, weil es so heißt bei mir immer alles. Ich bin es nicht gewohnt, auf Twitch-Stream zu klicken. Oder Twitch. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Meine Lippen sind voll im Arsch. Ich trinke viel zu wenig. Ich habe jetzt extra brav Wasser hier hingestellt, weil ich heute, ähm, richtig erwachsen und vorbildlich und gesund eine halbe Schachtel Pringles gefressen habe. Und sonst heute noch nichts. Da hätte ich mir das liebste ein bisschen Kalorien an und trinkst nur Wasser. Mal gucken. Oh. Minecraft, lade. Damit ich jetzt wieder rausgehen kann, um die neue Welt zu laden. Safe and quit the title. Wir haben es gleich. Jetzt kann ich wieder zurück schalten, damit die Leute auch sehen, dass wir tatsächlich Minecraft spielen. Oh. Oh. So, okay. Single Player, hallo, 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 Maus, Maus. Hier sind meine Probleme, die ich mit dieser Maus habe. Da. Ähm, Twitch-Welt. Twitch-Welt heißt sie. Warum habe ich halt Test-Welt und Twitch-Hardcore und noch irgendwas? Irgendwann verliert man die Übersicht. Aber meine Twitch-Welt ist übrigens auch meine private Welt, wo ich spiele, wenn ich mich gerade aufnehme. Weil ich will tatsächlich im Let's Play... Ich mache meinen Tisch gerade sauber. Es tut mir leid, wenn man das hört. Ich will nämlich im Let's Play tatsächlich nur Let's Play sagen. Ich will tatsächlich alles, was ich in der Let's Play-Welt mache, auch im Let's Play haben. Das war immer noch kein deutscher Satz, ne? Wurscht, wir haben halb sechs, das ist schon richtig spät. Und wie geht's dir? Oh ja, gesundheitlich super. Wobei... Ah, ich bin ein bisschen... ein bisschen... herzflatterig. Aber das ist... das geht noch. Ist das so rum oder so? So rum. Entschuldigung, ich bin jetzt ständig gegen das Mikrofon gedockt. Ich muss meine Tastatur schnell umlegen. Ich habe übrigens eine Sound-Mod installiert. Ist die zu laut? Na gut. Ja, also gesundheitlich ist super. Mein Herzflatterigkeit ist jetzt nicht so dramatisch. Etwas laut. Vielleicht... Ähm... Okay, was ist das? Vielleicht kann ich die Config... Ja, Config. Ich stelle alles mal... Bisschen guter. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber ich finde die Sounds eigentlich echt schön. Ist ja blöd, wenn man aufnimmt. Und... die dann so laut sind. Aber jetzt müsste es besser gehen, ne? Was hast du gesagt? Naja, jetzt ist der Wind ja leise. Jetzt müsste es besser gehen, ne? Ja, doch. Okay, ähm... Ich habe einen Shader neu installiert. Deswegen stehe ich hier eigentlich. Weil ich was gucken wollte. Ich klebe jetzt auch voll am Bildschirm, weil ich nicht weiter zurück kann. Und... Hi, Schnubbel! Sorry, ich habe dich gar nicht begrüßt. Äh, grüß dich! Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, bei dir ist alles... Alles frisch. Ich weiß nicht, wo ich das gerade gesagt habe. Und Alice! Hey! Wieso kannst du nicht zurück mit dem Stuhl? Weil... Ich aktuell so spiele. Da meine Maus, da meine Tastatur. Sonst habe ich keine Verbindung. Habe ich... Habe ich hier schon schlecht. Mit meinem... Äh, zu meinem Bluetooth-Stecker. Ach ja, man sieht, welche... Welche Mods ich installiert habe. Meine Tool-Beißel, ne? Das ist auch eine der Mods, die dazu kamen. Das war jetzt irgendwie unsinnig. Das ist schon der erste Fehler. Das geht nicht anders. Wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch. Achso, Bluetooth. Ja! Ja, das war dumm. Das weiß ich selber. Meine Nächste wird auch... keine mehr sein. Aber es gab halt diese... diese leise... diese Silent-Mouse... gab es halt... nur als Bluetooth. Die, die ich wollte. Aber gut. Ich hätte das auch mal. Bis alle paar Tage Batterien tauschen. Achso, das habe ich nicht. Oh, kognitives Training. Allergate. Aber ich kenne das Problem. Wenn ich meine Excel-Sparer-Platte anschließe, funzt die Maus nur noch am absoluten linken Rand meines Tisches. Ich bin recht zünder. Ja, Saga, es muss ein neues... es muss ein neues... ähm... Na? Netzteil her. Es muss ein neues Netzteil her. Dann wird es besser. Dann habe meine USB... habe es wieder ein bisschen mehr Saft. Und ansonsten muss ich halt den PC mindestens so ein... also 24 Stunden ausschalten. Und dann geht es auch wieder. Aber das habe ich... konnte ich halt jetzt nicht. Weil... ähm... Uni... musste mein Bett. Hier ist mein Bett. Ich stelle sie, das bestellst du? Läden sie nicht zu? Ja, ja. Sowieso. Weil ich... äh... das von einer bestimmten Firma habe. Aber ich wollte jetzt theoretisch... weil es ist ja noch nicht so gravierend. Also ich kann ja immer noch spielen. Ich kann immer noch was machen. Ähm... Ich würde... tatsächlich... damit doch ein bisschen warten. Weil ich vorhabe, mir tatsächlich... meinen ganzen PC umzubauen. Mit einem komplett neuen Gehäuse. Und... Ja. Genau. Das war's. Ja. Wollte ich nicht sagen. Achso. Was ich hier... Die Treppe habe ich noch im Stream gemacht, ne? Habe ich das noch im Stream gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber das Wasser da unten habe ich... nicht im Stream rausgeholt, sondern... das habe ich privat gespielt. Da müssten hier irgendwo Tanks sein. Hier? Ja. Ich habe hier Liquid Barrels... mit dem Hot Spring Water drin, damit wir uns das nicht verloren geht. Also übermorgen ist es soweit. Ja. Aber morgen kommt auch schon was raus. Morgen kommt auch schon was raus. Und vielleicht nehme ich es auf. Wer weiß es noch nicht. Flo! Einen wunderschönen guten Abend dir! Ähm... Was genau umbauen? Ähm... Einfach... PC Inneres... aus dem Gehäuse raus. Ins andere Gehäuse wieder rein. Alles. Also ich tausche einfach nur das Gehäuse aus. Galar? Galar kommt morgen raus? Nein. Ich meine was anderes. Ich hatte theoretisch vor, hier eine Brücke zu bauen, damit ich mal einigermaßen schön da runterkomme. Das war eigentlich mein Vorhaben. Rengal? Habe ich jetzt irgendwas überlesen? Habe ich jetzt irgendwas überlesen? Wer ist Rengal? Wer ist Rengal? Red Granite Gravel habe ich noch. Aber wie mache ich das? Flo. Flo ist Rengal. Verzeiht, ich habe die Namen noch nicht im Kopf. Ähm... So eine Antwort auf das Alola. Ihr verwirrt mich gerade. Hört auf damit. Rengal? Überfülle. Echt? Geil. Eventuell würde ich... Wie baue ich die Brücke? Es ist halt saudumm eigentlich, dass ich da Gravere genommen habe. Ich hoffe, ich schreie euch nicht so sehr ins Mikrofon, ins Telefon. Quatsch. Wie baue ich denn jetzt die Brücke? Okay. Und du bist Ryo Tengu. Bin ich. Tatsache. Nein, ich will die nicht so machen. Ich würde die gerne so machen. Ich glaube, das ist die Typ... Boah, Haare in der Nase. Alter Schwede. Ist der Wind immer noch ein bisschen laut? Oder kommt mir das nur so vor? Aber das sieht doch doof aus, wenn ich da einmal... Auf einmal... Entschuldigung. Ich bin unentschlossen. Unzufrieden. Und hugerig. Okay. Ähm... Da. War mit Sicherheit da noch ein paar Slips. Das ist aber glaube ich mal nur ein Standard-Minecraft-Sound, den ich in jedem Let's Play habe. Wenn ich das... Oh, Maus. Ähm... Ja, das sieht alles kacke aus, ne? Vielleicht fühle ich den Weg einfach so da runter und so hoch. Mach da hinten deine Treppe runter. Ich glaube, dass es gerade deutlich einfacher ist, wie alles andere, was ich hier tue. Oder versuche hier zu tun. Warte, ich poste ihn, wenn das so ist, würde er dir gefallen. Ich kenne K-Project. Aber den Song halt nicht. Oder du postest mir den Song. Du postest mir den Song, ne? Ja, okay. Ich hab's jetzt auch verstanden. Tut mir leid. Es ist... Es ist spät. In meiner Welt. Wie war das gestern? Du schlau... Schlauer als du. Und jetzt musst du mal... Jetzt siehst du mal, wie doof du bist. Geh ich hier runter? Ja. Du machst mich doof. Das mach ich. Das mach ich gern. Ich glaub, da bist du nicht der Einzige. Bist du jetzt unnötig, ne? Hm. Komische Treppe. Das geht jetzt die ganze Zeit so, ne? Ich hatte dann... Ich überlege. Also, Lodo weiß auch, der Magier ist immer der Schlauste in der Gruppe. Definitiv. Ne? Siehst du? Und was bin ich? Der Magier. Das sieht kacke aus, alles hier. Okay, vielleicht mach ich dich doch weg. Vielleicht mach ich das doch einfach weg. Ich kann das nicht so in die Umgebung integrieren, wie ich das jetzt gerade gerne hätte. Ich hab halt da so eine Biegung hoch. Aber ne Brücke hier rüber, wär halt schon praktischer. Möchte ich mal kurz anmerken. Vielleicht mach ich doch ne Brücke. Habe ich noch irgendwelchen Stein, den man da hinstellen kann? Nein. Muss ich den jetzt echt brennen? Ich muss den echt brennen. Okay. Jetzt hab ich auf einmal wieder so laute Höhensounds. Warum denn? Kara! Schön, dass du auch wieder da bist. Einen wunderschönen Nachmittag. Huch. Ähm... Zack, zack. Zack. Was hab ich denn da... Achso, die Liquid Barrels hab ich gesucht. Ja, was hab ich denn da gesucht? Du meinst... Brrr... Kokel, alles, gepult, Tod und Verderben, Alice. Hey! Ich werde ein guter Anführer sein. Oder ein guter... Ein guter Kluger. Wollte ich schon hier hinbauen, ne? Ja, sicherlich. Hab's dir geschickt. Okay. Hör ich mich dann... Hör... Hör ich mir dann nach dem Stream an. Muss ich das Licht einschalten? Nein. Äh... Jetzt kann man gleich nochmal hochrennen und schlafen gehen. Ich könnte das Bett eventuell mal ins Ding stellen. Ins Haus. Jetzt hab ich wieder Bock auf Cap Project. Die Osten sollen sein. Die einzigen Osten, die ich tatsächlich so gehört hab, ist auch... Von X1990. Hab ich in letzter Zeit so oft Minecraft verpasst oder hat es so eine Pause eingelegt? Ähm... Also im Stream... Nicht? Aber... Auf YouTube. Auf YouTube fängt Minecraft von vorne an. Jetzt aber erst die zweite Folge raus. Gestern. Morgen kommt Folge 3 dann. Okay. Wenn ich jetzt runtergehe... Entschuldigung. Dann hier anfange... Da kenne ich noch mal The Earth... Earth... Mit Namen von The Intimitation. Ja, muss man nach mehr gucken. Die sind so schön. So schön. Vielleicht sollte ich so gehen. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ich kann mich zwar noch an die Serien, den Filmer rennen, aber das sind schon locker 18 Jahre. Ja, der kam irgendwie ganz, ganz früher auf Viva. Scheiße. Ich würde echt so gern bei Witcher zuschauen, aber ich möchte es aber noch spielen. Ich will mich nicht spoilern. Ja, aber das spielen wir ja jetzt erstmal nicht mehr. Und dann setz dich hin und spielst. Menschenskinder. Muss man immer erst schimpfen. Nicht auf MTV2? Nee, auf Viva. Also ich hab's... Ganz legal auf Viva. Boah, Maus. Gieß mir halt so hart auf den Sack. Ähm... Ganz legal über Viva. 3... 4... Bin ich bei 5? 1, 2, 3... Jetzt hab ich hier wieder 3. 1, 2, 3... Du hast Diablo gezockt? Ich hab Diablo gezockt. Was? Woher kenn ich das Lied? Keine Ahnung, aber es heißt Bivolk von Tristram. Nein, es ist Testram von Bivolk. Andersrum. Was Diablo? Ach, das Lied ist von Diablo. Keine Ahnung. Das ist einfach in meiner Playlist. Ihr kennt doch die Playlist mittlerweile. Leute, das ist nicht das erste Mal, dass das Lied kommt. 1, 3, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Okay. Ei. Liegt hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Ah, wir sind hier gezockt, aber wir kennen das Lied. Und wir hatten beim letzten Mal schon dieses Thema. Ich weiß. Ich hab Diablo gezockt. Na, sie ist dann, dann sprich mit Kara drüber. 1, 2, 3... Wer steckt im Holz-Dinger fest? Okay. 1, 2, 3... 4, 5, 6... 1, 2, 3... Da ist noch Holz unten. Ich könnte theoretisch wieder runtergehen, ne? Sollte ich eventuell auch. Warte, dann ist das da oben, glaube ich, zu viel, ne? Wenn ich hier 1, 2, 3, 4 habe, brauche ich hier... Oh, ich brauche hier nur 5. 1, 2, 3, 4, 5... Dann kann das da hinten weg. Oh. Ich glaube, ich brauche wieder Erde. Die sind so hell wie die Sonne. Oh ja, stimmt. Was ist? Ich weiß, ich... Vergessen habe, das Licht anzuschalten. Oh ja, sie strahlt. Sie hat Licht gezaubert auf ihr Gesicht. Immer. Dass die Strahlt über beide Ohren ist. Jetzt hier sei zu dämlich. Nachdem er da in der Sicht so nah am Bildschirm sitzen muss. Aufgrund meiner Problematik hier. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ach, Gide, du bekommst Leute, die du verdienst. Schatz. Ich brauche... Applaus. Ähm... Er tut halt auf Dauer... Der wird nur weh. Weil man sich nicht anlehnen kann, wenn immer so nach vorne gebeugt ist. Was ich für alles... äh, alles für euch kaufnehme. Okay, haben wir... hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich das vorhabe. Ich muss mich noch an diese Taskleiste gewöhnen. Also, ich muss schon bitten, ich passe mich nicht nur der Nivea an. Das sind alle kacke. Äh... Die Handkriege sind immer eklig. Jetzt sind wir alle so flutschig und bappt und... Ja. Meine Hände sind auch so bibi-weich. Das war das falsche Holz. Mooray Pine. Mooray Pine. Wo ist denn das jetzt? Das ist so dunkel. Egal. Ich will dich liebsten, wie heute fängst du... Desinfektionsmittel meine Hände intus haben nach der Woche. Warum? Ich bin fit. Ah, wisst ihr, was ich da hätte machen müssen? Jetzt ist es auch schon mischt. Ich bin in der Arbeit dazu verpflichtet, mich zu desinfizieren. Hm. Ist gut für die Haut. Jetzt muss ich irgendwie da runterkommen. Sag mal, das ist doch jetzt eins zu kurz, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee. Aber das untere ist auch eins zu kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Das sieht nur so aus wegen den schwarzen Brettern. Okay. Wo kommen wir denn hier runter? Wahrscheinlich am höchsten Punkt. Hier. Dann lass krachen, schnubbel. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich möchte. Hier, jetzt stehe ich im Weg. Hier, hier. Au. Was ist nicht doch mal los? Das hier wird viel. Aber nicht hübsch. Wie sieht die Lava nice aus, die da hinten. Wie sieht die Lava nice aus? Weißt du, was auch geil ist? Die Lava hier. Also, ich habe hier schon einen extrem hübschen Fleck gefunden. Muss ich ja schon mal sagen. Bis gleich, äh, oder bis später, Alice. Und viel, viel Vergnügen. Ich würde das unten hier fluten. Habe ich auch schon überlegt, ob ich da einfach, äh, Wasser reinmache. Äh, da war vorher Wasser. Vor allem würde ja auch dann auch die, die Brücke mehr Sinn machen. Nein, ich habe keine Slaps mehr. Ärgerlich. Selbstverständlich, ich baue immer mit der Hand ab, obwohl man die richtigen Sachen im Rucksack hat. Aber hier besteht halt die Gefahr, dass es dann Eis wird. Und kein Wasser bleibt. Weil hier halt überall Schnee liegt. Schlafen. Ich muss das Dach auch noch mal ändern. Das gefällt mir noch nicht so. Ähm, Lendom! Vielen, vielen Dank. Für deinen... Wie viel hat er schon? Sieben Monate. Vielen, vielen Dank. Bist du jetzt mittlerweile... Hast du mittlerweile ein anderes Kondom? Nee, ich glaube erst ab am 9. wieder. Und einen wunderschönen Abend? Kann man schon Abend sagen? Ja, fast. Einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Verurteilt mich nicht. So. Okay, paar Planks haben wir noch. Drei, sechs, neun, zwölf oder so. Ja, genau. Okay. Dankeschön. Auch für die Perlen. Dankeschön. Plump, 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 plump. Plump, 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 plump. Ich habe heute mal keine verworfenen Frames. Krass. Das kommt nicht oft vor. Das sind die Falschen. Das sind die Falschen. Mal was drehen. Das wird ungenüglich. Ich bin aber leider nur kurz da. Gleich im Dusch und dann isst und dann im Bett schon fast. Oh. Warum so früh ins Bett? Schleimer. Okay. Okay. Wir können wieder eins hoch. Mir ist ein bisschen schlecht von den Chips, die ich gegessen habe. Ich hätte vielleicht nicht die halbe Packung essen sollen. Da ist noch eine Ebene dazwischen. Ach, Himmel, Arsch und Zwirn. Nein. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Ne, aber das Ausrutschen. Und wie? Deswegen ja. Ne, aber das Ausrutschen ist schon nervig. Wo ist das Popcorn? Weniges Popcorn? Manchmal die für den Bitch-Fight zwischen Schnubbeln und Lämmen. Aber die Chat-Show hier. Nein, Lolle. Fast. Zerhackfleischt euch bitte nicht. Ach, das geht doch nicht. Ach so, meine Kacke. Mach ich jetzt zuerst da hin. Wieder runter. Wieder hoch. Ich weiß gerade nicht, was ich tue, aber... Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Na ja, schön ist was anderes, aber... Das ist eine Brücke, ne? Ich kann nur Salat aufbieten. Das ist bestimmt auch gut. Oder sowas. Hi! Ja, ich weiß... Ach so, ich habe keinen Deckel drauf. Ich muss mal an meinen Emotes arbeiten. Aber wenn meine Maus nicht geht, geht auch mein Tablet auch nicht. Das ist ja dann ein Problem. Das hängt zusammen. Ähm... So, stimmt schon. So... Es müsste halt noch Stelzen hin. Mache ich die Stelzen massiv? Habe ich nicht... Ich will sie nicht rund machen. Aber habe ich nicht. Gibt es da nicht. Ich habe gleich das Ende meines Satzes gefunden. Und vielleicht hin und wieder auch die richtigen Artikel dazu. Man kann doch... Nee. Scheiße. Ich glaube es denn nicht. Ist das so? Ähm... Oh, das gibt es im normalen Minecraft. In keinem... Vielleicht auch nicht. Kack. Wer ist das denn jetzt? Okay, Lem. Schön, dass du noch vorbeigeguckt hast. Und einen wunderschönen Abend dir. Und eine gute Nacht schon mal. Ah, wie heißt das denn, was ich suche? Das ist immer so ein Problem. Was bist du denn? Oh, ich habe keine Ahnung, warum ich gerne bin. Es tut mir leid. Ich bin bei der bei heute nicht so lange da. Höchstwahrscheinlich. Schon mal als Vorwarnung. Aber ich wollte dich nicht einschacken und es ist einfach, dass dich wieder den Stream verschieben. Weil ich am Abend wieder was vorhabe. Wo zum... Was bist du? Wo mir? Äh... Äh... Die Fairy Lights Mode. Die ist cool. Warum macht man da auch echt schöne Lichter? Was willst du denn? Oh Gott. Ähm. Ich hab's gleich. Jetzt habe ich mich selber vor dem Wechseln der Seite in meinem Vorschaufenster erschrocken. Und dachte, es hätte jemand in den Chat geschrieben. Sind auch nur noch neun seit Nacht. Sind wir beim Essen. Der Pam ist eigentlich immer so mit das Letzte, ne? Es gibt doch so keine Loks, sondern ein bisschen kleiner als Loks. Wer heißen die denn? Nicht gefunden. Oder geht das immer nur mit bestimmten Holz? Das ist ja jetzt ärgerlich. Die haben doch eigentlich so zwei so daneben gemacht und dann hatte man das. Aber ich will keine Runden. Oh je, jetzt setzt das fast nur ein. Meinst du die Trap Dolls? Nein, doch keine Trap Dolls. Das sind halt keine Loks, sondern die Loks in kleiner. So Pfosten halt. Was heißt denn Pfosten auf Englisch? Aber ich will halt nicht. Ich will halt nichts Rundes. Was sind die echt? Wohl? Oh, das ist ja nur aus Stein. Das gibt's doch in Holz und dann ist das keine Wolf. Wie heißt das denn? Ich will nichts Rundes bauen. Die Fans? Es gibt so was mit der Säge. Ja! Aber wie heißen die? Ich hatte nämlich auch was mit Säge im Kopf, aber Handy. Auf Handy habe ich Leo, bevor ich jetzt da mit der Maus rumtue. Das war doch keine Zäune, oder? Auf so hätte ich jetzt selber kommen können bei Säge, ne? Aus welchem Pack sind die denn? Videocraft. Das ist falsch. Schüssel in Bits. Die einen schon. Das waren Loks, aber nur... Genau! Loks, aber viertel so groß. Ich gebe jetzt ein, was Pfosten heißt. Vielleicht heißt die ja wirklich Pfosten. Pole! Ich habe doch vorhin Pole eingegeben. Oder Post. Versuchen wir mal Post. Nee. Okay. Woher habe ich Pole? Nee. Wieso ist alles schwarz? Warum ist denn alles schwarz? Ja, es ist dunkel draußen. Oh, okay. Keine Ahnung. Kann es sein, dass ich die Mod nicht hier drauf habe? Ich glaube, ich habe so ein 80 über... Ach, Mann! Nee, das gibt doch nicht. Soll ich jetzt dich echt runde ausschneiden? Oh! Dankeschön! Äh, für deinen zweiten Monat schon, Red. Ja gut, sowieso. Nein. Ja gut, wie so ist Papier alles schwarz? Das weiß ich nicht. Die gibt es mit und ohne fahren dazwischen. Ach, so eine Kacke hier. Okay, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Dann nehmen wir vielleicht auch einfach, ähm, Fences. Oder? Theoretisch. Und damit wir das in der... Weil dann könnten wir... Maus! Dann könnten wir... Nein. Hier einfach die da nehmen und übereinander stapeln. Ah, da habe ich, glaube ich, noch welche. Aber ich glaube, vom falschen Holz. Ich hoffe, ich rede euch nicht so laut. Ich komme mir gerade exorbitant laut und nervig vor. Weil ich so viel und schnell spreche. Kann ich da sowas auch draus? Nee, schade. Ich brauche Murray Pinewood. Oder habe ich das hier noch? Die gab es aber nur mit einer Mod und das waren die großen Bäume, die du nicht mehr drin hast. Ach, so eine Kacke. Ärgerlich. Ärgerlich. Okay, äh, Murray Pinewood. Furwood. Murray Pinewood bist du. Murray Pinewood. Sehr gut. Ich könnte auch schlafen, ne? Das war auch mal so eine Idee. Gotcha, super. Okay, super. Ich bin zurzeit aber so aufgedreht, wenn ich Minecraft spiele. Weil ich es schon lange wieder nicht gespielt habe. Ich sollte mich schämen. Okay. Wir brauchen ja eigentlich nicht viele, weil wir kriegen ja exorbitant viel... viele Railings daraus. Und warum geht es nicht weg? Weil direkt daneben wahrscheinlich noch einer steht, ne? Toll. Schön war es mit dir, Schaufel. Okay. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Oder mache ich auch direkt aus dem Pinewood. Weil hier habe ich auch die ganzen Sachen aus dem Pinewood direkt gemacht. Ich mache es direkt, ne? Die kleinen. So, gehen die hier hin? Nope. Ich möchte die dann hier hin machen. So, in der Mitte kann man das doch machen, oder? Das ist jetzt die 1.14 oder noch die... Das ist die 1.12 noch. Steht theoretisch nicht. Diese Bretten und sowas, alles da, wo mein Baumdorf drin gebaut war. Davon gab es auch die Posts. Machen wir das innen, oder machen wir das außen? Ach, ich bin ja gar nicht geschminkt. Ich kann ja... Warum fühlen wir dann mal mein Auge, wie ich will? Wir machen es vielleicht doch eher außen, ha? Voila. Das war Schnee. Na? Jo, hier kann man nichts hin machen, aber hier kann man wieder was hin machen. Dann würde ich doch glatt sagen, wir machen hier was hin. Natürlich. Das andere ist hier, ne? Ich glaube schon. Bei der Musik fielten wir immer ein, dass wir Sims auch nochmal weiterspielen können. Wir haben ja dann auch ein Haus zu bauen. Fertig. Okay. Dann da drüben das gleiche, aber da musst du mich jetzt hochbauen. Der Wind ist schon wieder so laut. Ja, wir sind ja auch echt weit oben. So. So, noch eins runter. Ich muss mal Neustart. Bei mir hängt ewig der Stream. Okay. Ja, zur Zeit hat Twitch irgendwie wie seine Probleme. Habe ich schon öfter gehört. Zu letzter Zeit. Könntest du das bitte dahin bauen? Warum geht das denn jetzt? Stehe ich im Weg? Ne, stimmt schon. So, und hier. Oh. Und schon war es vorbei. Okay. Ich brauche neue Dinge. Neue Poles. Ja, aber es sieht so halt deutlich besser aus, als wie wenn wir jetzt einfach so in der Luft hängen lassen. Wir kommen zurück. Ich hoffe, es läuft jetzt besser bei dir. Und Leute, wir müssen trinken. Das ist wichtig. Äh, ich brauche bloß dich, ne? Wenn ich jetzt alle mache, ist es zu viel, ne? Wenn ich nur die Hälfte mache, ist es zu wenig. Bin ich mir ganz sicher. Okay, ab nach unten hier. Halt den Schnabel. So. Okay. Wir müssen auch ein bisschen... Also hier kann ich eins, hier nicht. Dann pass... Ähm... Ähm... Hier, ne? Weil hier kann ich, hier nicht. Hier kann ich. Okay. Ich flute das da unten einfach, während die Ziegen da noch drin sind. Kackviecher. In Minecraft. Nicht im echten Leben. Ah, ich hab wieder keine mehr. Das wäre doch nicht zu wenig gewesen. Das geht da hinten schon echt weit runter. Okay. Wir werden auch wahrscheinlich höchst... Wir werden auch wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nochmal einen Baum fällen müssen dafür. Jetzt würde ich was Hardcore-Kluges sagen. Hm. Ich hab die da drüben... ...innen hingemacht und nicht außen. Wir machen das mal neu. Sollte ich grad sagen, je weiter höher wir kommen, desto lauter wird auch der Wind. Und dass das wohl seltsam ist, aber... Nein. Aber ich glaube, ich werde den nochmal leise machen. Ich werde den nochmal leise machen. Okay, das war irgendwie nicht. Ich glaube, der ist nicht hier mit Einbegriffen, der Wind, von diesem Biom. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber jetzt müsste es aushalten. Ah, da ist mein Dreckhaufen. Ah ne, jetzt ist er leiser. Wir haben anscheinend den höheren Wind jetzt leise gemacht. Hallo? So, ich habe es hierhin gemacht, nämlich. Was? Vielleicht mache ich heute noch ein paar Thumbnails für den Livestream. Und für die Folge Let's Play Together muss ich auch noch ein Thumbnail machen. Ich muss aktuell so viele kreative Sachen machen, das bin ich gar nicht gewohnt. Vielleicht muss die Modes noch fertig machen. Dann den Charakter fürs Spiel. Dann die Thumbnails. Mein Cosplay wollte ich eigentlich auch mal weitermachen. so viel zu tun. Und ich habe heute nichts gemacht. Aber vielleicht setze ich mich morgen auch mal dran und schaue, dass ich den, ähm, den Ding zum Laufen kriege. Das Mikro für Cosplay-Stream. Wenn ich es schon da habe. Wenn ich es schon da habe. Yes, endlich. Okay, wir gehen kurz hoch, schlafen, fällen einen Baum. Und bauen das dann weiter, ne? Ja. Okay. Dann müssen wir dann auch noch überlegen, wie ich hier Beleuchtung oder so hinkriege. Also welche Lampen ich hier haben will. Schlafen. Oh. Rücken. Schmerzen. Muss ich kurz umsetzen. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr an alles ran, ne? Schwierig. So. Aber ich versuche es mal. Entschuldigung, das war das Mikrofon. Ähm. Was wollte ich tun? Baum fällen. Baum fällen. Au. Ich finde diese Haare furchtbar schön. Aber sie haben halt leider diese Angewohnheit, dass sie mir jetzt permanent ins Auge fallen. Das ist der große Nachteil an Locken. Maus. Maus. Ach. Natürlich. Geh zum einen wieder nicht raus. Deine Augen locken. Also die Haare an. Richtig. Ach. Ich habe keinen. Ich habe keine. Ich habe keine. Schaufel. Vielleicht mache ich jetzt da drüben auch gleich weg. Ist denn der Baum hier? Hier noch zwei. Oh, der auch noch. Ja, sage mal. Achso, das ist schon ein anderer Baum. Upsi. Wahrscheinlich auch direkt der andere Baum. Nein. Wo würde ich denn jetzt hier noch hingeraten? So viele Bäume wollte ich doch gar nicht. Jetzt ist ich hier wieder an meinem linken unteren Eck. Das ist alles gerade nicht so praktisch hier. Ich bräuchte eine neue Axt. Oh, der wird mir jetzt niemand hier vorbeibringen, ne? Okay. Dann habe ich hier... Ich buddel mich mal hier runter. Dann ist der Baum nämlich weg. Und dann machen wir ständig Axt. In der Hoffnung, wir haben noch Eisen. Ansonsten wird es schwierig mit der Axt. Ja, es wird schwierig mit der Axt. Wir haben tatsächlich kein Eisen mehr. Blöd jetzt. Okay. Ähm, dann nehmen wir Stein. Habe ich Stein dabei? Ja, habe ich. Stickies habe ich auch noch richtig zwei. Okay. Dann... Auf ins Bäume fällen. Ich sitze... Man sitzt hier echt so am... Ach, irgendwie. Ah, so ein schönes Lied. Passt doch gerade wunderbar zu der Tätigkeit, die wir hier machen. So entspannend. Was? Falsch. Hoppa. Hier müssen wir noch von oben runter. Von oben runter ist einfacher als wie von unten nach oben. So. So. Jetzt einmal alles bitte runter. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke. Für die Unterstützung. Es hilft mir sehr. Okay. Haare im Auge. Ich habe ein bisschen Kopfweh. Weil ich nichts trinke. Leute, wir müssen trinken. So. Hoch. Oh. Nase. Haha. Kennt ihr das, wenn es so ganz plötzlich mal mit der Nase anfängt zu jucken? Ach so, von jetzt auf gleich. Hallo? So. So. Also. Wir haben wieder ein bisschen Holz. Ich habe auch nicht vergessen, was wir tun wollten. Höhö. Aber wieder 47. Können wir da weitermachen? Also. Wieder an die Seite, um zu gucken, was wir tun können. Hier geht's. Hier dann logischerweise nicht. Hier geht's dann wieder. Ach, warum bist du denn so hoch? Wieder außen, wie vorhin auch. Hallo? Ach, diese Maus. Nie wieder Bluetooth-Maus. Nie wieder. Hoch. Ich hätte jetzt echt Lust auf, äh. Nussschnecken. Diese habe ich schon seit Monaten. Und ich mache sie einfach nicht. Okay, wisst ihr was? Ich muss sie wieder umsetzen. Ich setze mich jetzt ein ganzes Stück weiter nach links. Den nehme ich auch bei meiner Maus. Und ihr seht mich wieder. So. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen... So. Jetzt bin... Ja, jetzt bin ich wieder schön im Bild. Ja, das ist natürlich das, was ihr wollt, ne? So. Hier. 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 Äh... Falsches Lied. Ach. Ach, Kacki. Warum denn jetzt? Dann springt er 30 Kilometer auch noch weg. Hier und hier. Okay. Wir können endlich wieder hochgehen und nochmal schlafen. Und morgen schaffen wir dann den Rest. Dann machen wir uns mal über die Laternen Gedanken bzw. über die Zäune, die ich da noch hinmach. Entschuldigung. Ich stucke echt so laut. Das ist Wahnsinn. Okay. Wieder an die Seite, um zu gucken, wo wir überall hin können. Also, da können wir, da nicht, da wieder. Na, dann nehmen wir doch die gleich. Du bist auch nicht mehr so weit runter. Wie? Was? Um, das schlafen zu tun. Kann ich ein bisschen ein bisschen. Wie das ist. Um, da drüben. Ich mach's. Um, da drüben. Um, da drüben. Ich hab's. Um, da drüben. Um, da drüben. Um da drüben. Die Teile anzubringen, ist irgendwie da los in dem Stück. Das ist echt ne Grätze. Das zu stimmen wie Carpenter. Ich hab keine mehr, okay. Wieder ab nach oben. Ich mach das eigentlich nur, damit ich da einigermaßen schnell runterkomme. Das ist eigentlich, wie das aufregt, dass ich da hinten immer so hochlaufen muss und springen muss. Dass ich da immer irgendwelche Erdblöcke in der Pampa rum platziere. So. Das ist ja auch so. Das geht mir auch so. Kennst du bestimmt? Wenn wir kurz und mietig einen Stück Wasser trinken und genau in dem Moment, wenn man ein Wunder schluck ist, wuchst du meistens still und niederschau dich an, als wenn du gerade in Donau anders getrunken hättest. mir geht's in Prüfungen öfter mal so. Jetzt fresse ich gerade meine Haare. Entschuldigung. Ich buchse euch die ganze Zeit. In Prüfungen habe ich so oft nichts zu trinken dabei, weil ich so laut schlucke, dass es echt unangenehm ist. Oder genauso fängt bei mir dann der Bauch an zu klunen, weil ich vor Prüfungen immer selten was esse, weil die meistens in der Früh sind und ich in der Früh einfach keinen Hunger habe. Und dann sitze ich so, weil man dann doch seinen Kopf ein bisschen anstrengt und man relativ schnell einen Hunger kriegt, sitze ich dann in der Prüfung drin und so nach 60 Minuten fängt dann der Bauch auf einmal an. Es ist halt komplett leer in diesem Prüfungsraum. Aber vor allem bei Wasser oder bei Zahn mit Kohlenhydrate, ja, ähm, Kohlensäuber schlucke ich extrem, extrem laut. Ja, aber ich kann ja dafür nichts essen. Da kotze ich dir vor die Füße. So. Okay. Wir hätten eine kleine Brücke. Mit der kommen wir jetzt zumindest hier hinten hin. Einfacher als vorher noch. Und von hier müsste halt dann ein Weg schön hier runter gehen. Wenn, wenn ich im Wasser bin. Aber das wollen wir jetzt nicht. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen an der, an der Camp vorbeigucke. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ich wollte das Dach noch ändern, ne? Ich muss immer wieder kurz auf das Handy gucken. So. Dach wollte ich ändern, genau. Also. Weil ich würde gern das... Ich glaub das kennt ihr auch noch nicht, ne? Ich hab hier drinnen noch ein bisschen ausgebaut. Ich hab da eine Leiter hingeklatscht. Ich glaub das ganze da oben kennt ihr doch nicht, oder? Hier mit dem, mit dem Weg... Ach stimmt, ich hab hier Dinge. Mann. Ich kann das Dach nicht viel anders machen. Außer ich mach das Dach hier drauf. Du musst es aber noch eins höher. Ich will kein Flachdach. Es tut mir leid. Ich find das Flachdach extrem hässlich, dass ich hier gebaut hab. Gut, dass es hier nicht runter geht oder so. Nee, nee. Okay. Dann... will ich das nämlich so schön hier ins Ding einbringen. Ich hab übrigens jetzt auch eine ganz tolle Mod installiert, bei dem ich über Zäune springen kann. Also über ganz normale Minecraft Zäune. Oh, ich weiß, wie kann es zurückgehen? Als Frau halt zu rücken. Da war kein Drehbeck net drauf. So, okay. Ich hoffe, wie echt die Woche geht. Wobei am Freitag brauche ich es eigentlich nicht. Wenn wir... Wenn wir eine MacrossX spielen, brauche ich keine Maus. Und das werden wir spielen. Oh ja. Das werden wir spielen. So. Roofing. Dich. Aus welchem Holz mach ich das? Dann mach ich das jetzt aus dem normalen Holz, oder? Weil sonst brauche ich wirklich viel. Ich mach das aus dem normalen Holz. Gut. Okay. Ich mach mal 16. Wir brauchen bei weit nicht... Nicht so... Wir brauchen... Ja gut, wir machen ja mehrere Häuschen, ne? Ich habe ein Stück auf. So. Halt. Ich vermisse meinen Angels Ring, wenn ich das mal so sagen darf. So. Warum hast du eigentlich neu angefangen? Ähm. Weil der Server durchgemacht hat, auf dem meine Welt lief. Beziehungsweise auf dem meine Geschichte lief. Nicht die Welt. Ähm. Und ich danach zwar die Welt gekriegt habe, aber ich aus welchem Grund auch immer keine neuen Mods hinzufügen konnte, musste ich... Ja, hieß es für mich entweder ohne neue Mods weiterspielen. Was schwierig war, weil ich den Angels Ring nicht hatte. So wie es diesen... Ja, diesen Flight Befehl vom Server wieder ersetzen könnte. Dann... Ja. Habe ich mich dann dazu entschlossen, neu anzufangen. Auch weil es äh... sehr viel Stress mittlerweile mit der... mit der Welt verbunden war. Und ich... Und ich... Okay. Und... Auch nicht so schöne Erinnerungen. Und dann dachte ich mir... Okay. Fangst du nochmal von vorne an? Auch wenn es mir echt ein bisschen das Herz zerrissen hat, nach drei Jahren von vorne anzufangen. Glaube ich, war es die... die richtige Entscheidung. Von denen brauche ich mehr, ne? Nein! Oh mein Gott! Das war nicht falsch! Wir haben gerade 16 Loks einfach so verballert. So... Kacke! Das können auch da rein. Die auch. Ja, Penn können auch nicht gehen. Aber ich habe in dem neuen Minecraft-Let's Play eine echt schöne Stelle gefunden und auch schon ein echt schönes Haus gebaut. Ihr seht ihr natürlich alles noch nicht, weil ich ungefähr neun Stunden voraus bin. Ah, da steht schon ein sehr schönes Haus in der neuen Welt. Ich war selber von mir überrascht. Habe ich so in der Art noch nie gebaut. Ups! Ah, das hat viel gebracht. Lässt du mich... Ach so, hier bräuchte ich vielleicht noch mal eins, ne? Den habe ich jetzt schon weggepackt, ne? Okay, ich brauche noch eins und so ein Teil. Erinnert mich dran. Okay. Ähm... Maus! So, anfang kann ja auch was Gutes haben. Richtig! Dachte ich mir dann auch. Man sagt, die... 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 die Das ist halt jetzt schade, dass ich die andere Mod nicht zum Laufen gekriegt hätte, weil sonst hättet ihr noch mehr Minecraft-Content von mir gekriegt. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, weiß ich nicht, aber ihr hättet mehr Minecraft-Content von mir gekriegt. Die Mod krieg ich ums Verrecken nicht zum Laufen. Was wirklich extrem kacke ist, weil ich da echt Boah drauf gehabt hätte. Ist das wieder live in den Mods mit eigenem Mods? Ne, das ist tatsächlich die Forest Dream Modpack mit eigenem Mods. Also sind noch ein paar zusätzliche dabei. Ich wollte eigentlich selber so das Modpack auf den Technik-Loungeer packen, aber ich krieg's nicht hin. Genauso wie mit der anderen Mods. Das läuft bei mir am PC einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Obwohl ich alles genauso mache, wie es in der Anleitung steht, das geht nicht. Minecraft hasst mich aktuell. So viele brauch ich, glaub ich, gar nicht mehr. Und wenn ich schon mal hier unten bin, kann ich auch das eine Roof-Ding da noch mitnehmen. Genau. Juhu. Huch. Jetzt hab ich irgendeine Holzstruktur geändert. Ist auch ganz cool. Kann ich mal bitte? Danke. Das eine Holz-Ding, äh, das eine Dach-Ding noch. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unklug, so zu bauen. Scheiße. Versteh ich gut. Ich passe schon seit einem Jahr in einem eigenen Modpack und es gibt immer irgendwas, was nicht funktioniert. Ey, ich krieg's ja... Das Modpack so an sich ist fertig. Aber ich krieg's nicht auf den Server. Also auf den Technik-Loungeer. Ich krieg's nicht hin. Und ich weiß nicht warum. Und ich wär jetzt fast runtergefallen. Das muss ich mir da ganz komisch rausbuddeln. Äh, da ist es. Jetzt wollte ich da hinten auch noch eins. Mann. Aber wenn ich... Ach, ich hab keine Schaufel mehr. Das muss ich da mit der Hand machen. Hops. Kann ich da nicht hoch? Dann noch hierhin. Okay. Dann muss ich so. Dann halt so. Nein. Nein, nein, nein. Nicht das Holz. Irgendwie hab ich... Mein Kopf wiederhole ich gerade die ganze Zeit. Das Wort Kichererbse auf Englisch. Warum? Okay, hier. Oha. Gott, ich schau aus wie... dem ganzen Blau hier schau ich aus wie rot. Ich hab gerade versucht, Hände zu wechseln bei meiner Maus und Tastatur, aber geht nicht. Also. Von, von, von. So auf so. Nicht rechts und links. Entschuldigung. Ist auch mal lustig. Mit der linken Hand spielen. Okay. Lass mich da wieder... Ich weiß, unten liegt noch ein Stück Erde, aber ich möchte es jetzt nicht holen. So, wir haben Schiefe auch noch. Theoretisch haben wir Schiefe auch noch. So, das ist wunderbar hier drin. Da brauchen wir auch noch was Schiefes. Und da kommt jetzt einfach Slaps hin. Habe ich da noch welche? Na? Die sind irgendwie immer ein bisschen dunkler. Also, wenn man die ausschneidet. Ach, nö. Wo war denn? Habe ich eigentlich nicht dieses Slaps-Mod drin? Das Problem ist, dass einige Mods zusammen gut laufen. Es ist schwierig, da was Passendes zu finden. Wie gesagt, meine Mods laufen ja wunderbar, wie man sieht. Ich spiele ja gerade dieses Mod-Pack. Ich gehe jetzt aber nicht auf den Technik-Launcher. Und aus welchem Grund diese blöde Replay-Mod nicht funktioniert, weiß ich nicht. Weil ich kriege die auch so nicht zum Laufen. Wenn ich keine Mods drauf habe und ich diese Replay-Mod installiere, läuft die auch nicht. Also, es liegt so gesehen auch nicht an meinem Mod-Pack. Oh, das ist wieder ein hübsches Haus. Es ist schön, immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren. Oh, hübsch. Oh, hübsch. Oh, hübsch. Oh, wir können den Weg hoch machen, hier ein Haus bauen und eigentlich von dem Haus einen Weg hier hin. Und dann haben wir da noch was. Und... Wenn der Maushalt besser gehen würde. Ah. Rücken. Ich habe Rücken. So, ich bräuchte noch Slabs. Slabs. Ja, komm, machen wir die auch noch. Machen wir sicher noch ein paar. So, wieder hoch. Ach, Nase. Au. Ja, natürlich, jetzt ist die andere Seite der Nase. Ach. Dürfte ich, dürfte ich... Achso, ich stehe mal im Wasserloch. Und hier würde ich dann tatsächlich den Hot Sound hochziehen, oder? Oder lassen wir ihn da unten? Nee, wir lassen die da unten. Ich glaube, das sieht besser aus. Na gut, hier geht's halt dann weiter. Auch mit dem neuen Haus. Wo ist halt dann noch der Zaun hin? Ich hab schon... Ja, es ist eigentlich die Zeit, dass ich meine Tablette nehmen muss. Damit das eben nicht so juckt. So, bin wieder da. Wirklich zurücklegen, kann ich mich... Nee. Aber ich kann mich wenigstens so an die Seite lehnen. Und ihr seht mich noch. Und wisst ihr, was ich jetzt mach? Ich hole jetzt auch... Dieses dämliche Bett und stelle es oben bei mir in die Bude. Aber erst... Oh nein. Das verstehe ich auch nicht, warum er das manchmal macht. Jetzt wird... Aber erst schlafe ich. Okay. Okay. Oh Gott. Maus. So. Dann würde hier das nächste Haus hinkommen. Dafür brauche ich auch wieder... Ja. Dafür brauche ich auch wieder... Ah, wieder noch zwei. Nee. 18. Verstehe gar nicht, warum. Wir haben die ja gar nicht verschwendet. Für... Oh, habe ich da keine mehr? Muss ich da wieder welche pflanzen? Sieht fast so aus. Hoch. Warum... Warum ist denn jetzt... Warum ist denn jetzt... Warum ist denn jetzt Word aufgegangen? Komische Dinge passieren hier. Warum kann ich die auf einmal auf Stein pflanzen? Das geht beim letzten Mal nicht. Oder geht das nur bei den Föhrs nicht? Du, da hinten bist du schon... Ich sollte die Föhr hier mal wegmachen, weil sonst wächst der Baum unten drunter nämlich auch nicht. Aber bei Föhrs sind diese Riesenbäume, ne? Der hilft nichts. Jetzt habe ich angefahren. Na? 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 Ich weiß halt nicht mehr, was es auf Deutsch heißt. Aber auf jeden Fall würde ich sie nicht anbuddeln. Oh, wir bräuchten eigentlich mal unsere Tinker-Schmiede, ne? Das wird vieles vereinfachen. Zum Beispiel Bäume fällen. Man merkt erst... Was ist denn heute los? Man merkt erst, welchen Luxus man hatte, wenn man ihn nicht mehr hat. Philosophen-Chi am Start. Sein Super Jetpack ist auch nicht schnell gecraftet. Äh, gecraftet. Wir crafteln heute ein bisschen. Ja, aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem noch... Äh, jeden Block einzeln abbauen muss. Was man ja bei der Tinker-Schmiede nicht mehr muss. Verstehst du? Bei der Tinker-Schmiede. Bei der Tinker-Schmiede. Bei der Tinker-Axt. Mir geht es um meine eigene Faulheit. So leicht. Ich habe es geschafft, irgendeine Mod zu installieren, mit der ich nicht mehr im Creative fliegen kann. Läuft zur Zeit bei mir mit Minecraft. Das ist die andere direkt nebendran. Äh... Hoch mit mir. Das hat sich jetzt wieder richtig gelohnt. Aber ich kann die bestimmt von hier nach da drüben. Ja, kann ich. Aber ich sollte auch die ein bisschen weg machen, weil sonst komme ich von oben nicht mehr hin. Die Bären gehen einfach nur rezent auf den Sack. So... Alles runter. Mama braucht Holz. Und vielleicht eventuell auch mal eine Schaufel wieder. Da steht auch noch eine Föhr. Da kann ich sie jetzt nicht mehr pflanzen. Ne, jetzt kann ich sie nicht mehr pflanzen. Ach ne, ich hab die Föhr in der Hand, ne? Das sind die. Hooray. Okay, die Föhrs kann ich hier nicht pflanzen. Verstehe. So, ich mach jetzt die Axt noch tot. Und dann... ...bauen wir an dem Haus weiter. Temtem wollte ich eigentlich auch weiter aufnehmen. Ich find's jetzt halt so aufnahmefaul. Das ist nervig. Ah, das war die, die Axt. Und jetzt machen wir den Baum noch fertig. Dann. Sowieso der letzte, ne? Ja. Warum haben wir denn immer so viele Bäume nie umeinander? Warum, die Bäume halten dann immer meine... ...mein Holz auf. Okay, also wir wissen, die Murae... ...braucht nicht lange zu wachsen. Zum Wachsen. Okay. Hups, schaut aus. Mein Mini-Wald. Wir machen ja für mich selbstverständlich ähnlich... ...zu dem ersten Haus. Ich weiß gar nicht, ob ich Jetpacks hier drauf hab. Aber ich glaube schon. Nee. Ich hab gar keine Jetpacks hier drauf. Vielleicht jetzt, nachdem ich meinen Angels Ringer hab. Unnötig fand, glaub ich. Ich muss hier mal rüber. Ich muss hier mal rüber. Und ähm... Das ist Quatsch. Jetzt würde ich mich draufstellen und abbauen. Habe ich da... Nee, ich hab da kein Kreuz drunter gemacht, ne? Ich hab einfach nur... ...zwei gerade Pflöcke raus. Yo. Und dann bin ich eins reingegangen, ne? Das ist schwierig zu sehen von hier. Au. Nein, ich hab hier... Ich hab hier auch ein Kreuz gemacht. Okay, ich hab hier auch ein Kreuz gemacht. Der Angels Ringer 1.12 ist halt ziemlich langwierig. Ähm... Kauf dir die Coin. Kauf dir die Coin. Hol dir die Coin. Ähm... Da die... Wie heißt sie? Coin of Light. Ähm... Das ist der Angels Ringer wie in der 1.7. 10. Und er ist relativ... Ist, glaub ich, genauso wie der 1.7.10er. Mit dem Nether Star in der Mitte. Oder, Entschuldigung. Ja. Und sehr geil, der ist genauso wie der 1.7.10er. Sehr geil, deswegen... Habe ich ja auch mitunter neu angefangen, weil ich die Mod mit dabei haben wollte. Ne, ich bin 2 reingegangen. Okay, ich bin 2 reingegangen. Und bei 2 rein ist auch der Querbalken. Nein, ich bin 3 reingegangen. Ich bin 3 reingegangen. Okay, und bei 3 rein ist auch der Querbalken. Alles klar. Ich hab immer noch nichts ins Bett umgestellt. Okay, bis gleich. Das ist, glaube ich, noch ein wenig entfernt. Bei mir gerade aktuell, ja. Aber nur damit du es weißt, dass es den Angels Ring, also einen Ersatz für den Angels Ring gibt, der nicht so scheiße läuft. Wir nennen es mal beim Namen. Okay, ich mache den mal noch eins weiter raus. Jetzt habe ich das Bett hingestellt, war aber nicht schlafen. Wow. So. Drei rein bin ich gegangen, ne? Drei. Eins. Eins, zwei, drei. Ja. Also das ist der Liedisch. Eins, zwei, drei. Hier drunter. Ich werde da nicht hinkommen. Von hier. Wow. Wenn die Maus hier dann wieder so rurbelt, habe ich das Gefühl, dass ich manchmal runterfalle. Aber nicht oft. Kacke. Aber ich bin immer noch ein bisschen zu hoch. eins da drunter anzubringen. So. Eins, zwei, drei. Hier. Okay. Bist du mich wieder hier hoch? Dankeschön. Okay, wenn das hier ist, dann ist es da drüben da. Dann würde ich dir da drüben noch einen raussetzen. Und hier dann noch. Also hier läuft es ja dann quer. Ich würde dann einfach Tatsache hier noch einen quer raus machen. Ah, das ist ein relativ kleines Haus, ne? Habe ich noch Planks hier? Ja. Ich dachte erst, das wäre voll das riesige Haus. Ah, wobei ist könnte es sogar gehen. Wir müssen halt schauen, dass wir hier immer den Platz freilassen, dass wir noch weiter bauen können. Und wir brauchen halt einen Zaun. Ich glaube, ich mache da noch einen hin. Ähm, ich hole mal Zaun. Hol ich mal Zaun? Ja, doch schon. Dann kann man das da oben auch mal fertig machen, den Balkon, den wir da haben. Wird cool, wird cool. Au. War dumm. War dumm. To dumm. Okay. Ähm. 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 Railings. Die normalen. Nee, habe ich keine mehr. Die kann ich aber nicht hier dran machen, ne? Weil hier habe ich ja die Schiefen, weil ich da Treppen habe. Aber ich habe hier keine Treppen. Da muss ich gucken, wie ich es mache. Ähm. Habe ich noch? Ich habe eine Ecke noch. Wo sind denn jetzt meine Railings hin? Hä? Und dann brauche ich noch die Pfosten. Von Ray. Genau. Mehr brauche ich nicht. Nein, mehr brauche ich nicht. Ja, doch. Vielleicht ein paar mehr Ecken. Aber mehr brauche ich nicht. Ein paar mehr Ecken. Ja. Wow. Wenn die Maus so langsam ist, dann ist es immer ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen. Und ich sollte vielleicht aufhören, so zu nuscheln. Dann würde der auch mehr verstehen. Okay, jetzt halt. Na ja, weil ich kann hier ja auch nichts drauf tun. Vielleicht muss ich das aus der Treppe machen. Könnte ich auch schönere Railings machen. Warum werde ich so müde? Ich weiß es nicht. Ich muss mich kurz zurücklegen. Aber wenn man den ganzen Tag so nichts zu tun hat. Man hat eigentlich was zu tun, aber wenn man so den ganzen Tag nichts macht, dann wäre man einfach müde. Okay. Also ich muss da aus der Treppe machen. Das würde es wahrscheinlich nicht so einfach hinhauen, dass es dann direkt gleich mit dieser Plattform abschließt. Ich sehe es doch kommen. Ach, ich habe keine Axt mehr. Vielleicht sollte ich mir eine Axt machen. Und vielleicht das Bett auch da hinstellen, wo es vielleicht zum Schluss auch Tatsache steht. Bist du mich runter? Da steht es zwar nicht endgültig, aber mir egal. Was wollte ich jetzt? Treppen. Treppen, 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 Treppen. Das wird bei Weipen nicht so gut funktionieren. Äh, Treppen. Was war das gerade? Ich glaube, das war etwas, mit dem ich vorher mein Brückenproblem hätte lösen können. Ich glaube, 12 reichen. Ja, 12 müssten reichen. Wir müssen halt zwischendrin mit Planks wieder schummeln. Damit wir die Höhe beibehalten. Aber fürs nächste Mal wissen wir ja, dass wir dann die Treppen einfach nehmen. Jetzt haben wir wieder keine Axt gemacht. Och, leg mich doch im Arsch. Kacke. Ähm. Wow. So. Ja, und ich brauche heute hier mehr Planks. Die macht sie einfach gleich gerade, oder? Ist, glaube ich, einfacher. So. Also, natürlich, ich mache da einen Zaun hin. Also. Quasi so einen. Ja, doch, das passt. Und da können wir dann... Für da brauchen wir dann die Schiefe. Die Schiefen haben wir aber noch unten. Aber erst mal schlafen. Schlaf ist wichtig. Also, bevor ich jetzt ganz eindöse, noch einen schönen Abend für zufrieden ins Bett. Okay, dann eine wunderschöne gute Nacht dir. Schlaf gut. Und das sollte alles so früh ins Bett gehen. Wahnsinn. Ich bin mir da auch so ungefähr sechs Stunden. Aber ich bin eh nicht mehr lange da. Dann hat mein kurzer Abstecher hier zum Streamen wieder ein Ende. Ich brauche nur die zwei, ne? Ach Gott, den brauche ich ja nicht. Ich brauche nur Top und mittendrin. Oh, heller. Oh, heller. Oh, heller. Vielleicht doch... Ja, doch, ich brauche hier was anderes. Shitty. Das passt nicht. Entschuldigung. Ja, ich brauche hier was anderes. Außer natürlich... Von dem hatte ich jetzt nur noch eins, oder? Außer natürlich, ich nehme den großen Pfosten. Wobei, der passt dann hier auch noch nicht. Hier habe ich jetzt das Problem. Ich muss das hier... Ach so. Ich habe hier doch kein Problem. Ich bin einfach nur dumm. Nein. Er kann dieses Top-Ding hin. Okay, ich brauche doch noch mal so ein Bottom. Okay. Verwirrend alles hier, verwirrend. Ich weiß nicht, ob ich noch so eine große Pfosten-Ding habe. Okay. Bottom-Transitions brauche ich. Und hier brauche ich dann... Ich hatte irgendwas im Hals. Hei, hei, hei. Dann eine... Bottom-Transition habe ich hier gerade, ne? Noch eine Top-Transition. Von hier brauche ich hier die großen. Glaube ich. Aber habe ich von denen nicht noch welche? Nee. Gar nicht schade. Vielleicht braucht man es irgendwann nochmal. Okay. Huch. Das geht alles so schnell. Also, hier brauche ich jetzt... Also, hier brauche ich jetzt... Top. Bottom. Hier habe ich ein Problem, ne? Das ist top. Bottom. Achso, hier wollte ich meinen Pfosten hinmachen. Ey, manchmal bin ich so vergesslich. Das ist Wahnsinn. Ja doch, wir haben da... Wir haben da funktionierende Treppe. Yes. Okay. Dann... Komm hier... Also, kommt hier jetzt das Haus hin. Hier so. Zuh. 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 Glaub ich. Entschuldigung. Das war das Mikrofon. Jetzt wollte ich gerade sagen, oh nein, ich habe keine Planks mehr, aber ich habe ja noch zu Genüge. Okay, hier oben noch zu. Da auch. So. Was habe ich verpasst? Äh... Alles. Grundsätzlich alles. Slaps habe ich auch noch. Damit kommt hier die Decke rein. Kommt davon, wenn man einfach geht. Von da muss man jetzt dann auch irgendwie hoch und zu einem zweiten Stock und... Ja. Sterbe ich? Nein. Nein. Ich glaube, das wird ein ganz cooles Dorf. So, und dann von hier oben geht halt dann so ein Weg, hier runter zu dem Dach. Das wird doch gerade echt extrem ruhig viel. So. Was wollte Plix? Das wollte ich. Wisst ihr was? Wir nehmen den jetzt einfach mit hoch. Dich. Und dich auch. Macht viel mehr Sinn. So. Plix. Hier. Ach, scheiße. Entschuldigung. Plank da oben hingeballert. Hier muss er hin. Also, die mache ich doch weg, die Bände. Ähm. Wir müssen... Ich mach mal hier einen Weg hoch. Also Leitern hoch. Die ich jetzt selbstverständlich nicht dabei habe, sondern unten sind. Ich sterbe da ja nicht, ne? Oh, fast. Äh. Leitern? Wahrscheinlich habe ich jetzt gar keine mehr. Doch. Fünf. Zieh mal an. Ich muss auch noch die Dinger da runter machen, ne? 34 hätte ich noch. Aua. Wenn ich jetzt da drunter die, ne? Jetzt bin ich, glaube ich... Bin ich drunter? Ich will jetzt nicht... Opa. Ich will jetzt nicht unnötig da Blöcke hochbauen. Doch, ich bin drunter. Ach, Schwan. Dummheit. Heute ganz schlimm. Jetzt ziehe ich nix mehr. Jetzt war es praktisch, wenn das Bett unten stehen würde. Oh, wir sind ja fix oben. Oh, Rücken. Jetzt, wenn wir schon oben sind, können wir auch schnell... ...die Leitern anbringen. Klop, 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 klop. Genau, und hier hinten wird es dann... ...oder machen wir erst noch einen Stock? Machen wir erst noch einen Stock? I don't know. Aber ich habe die Ecke schon wieder falsch gemacht. Und vielleicht machen wir den Stock erst hier so hin. Und von hier geht es dann darunter. Aber dann wäre die Leiter total... Aber die Leiter geht hier auch ins Nichts. Aber auf allen Fällen habe ich die Ecken falsch gemacht. Eine Axt bräuchten wir auch mal wieder. Und hier... Und hier... Und hier... Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen will. Bin mir aber noch unsicher. Ich glaube mal. Zu viel weiß ich. Nee, ich würde hier... Zäune habe ich keine dabei, ne? Sind das die geraden? Sind die geraden? Die würde ich hier hin machen. Hier dann selbstverständlich auch. So ein großes, ne? Brauche ich nicht. Denn dann würde ich... Hier den zweiten Stock anfangen. Also das könnte ja... Das ist ein kleiner zweiter Stock. Ähm... Vielleicht können wir den ausbauen. So. So. Jetzt habe ich nichts mehr. Weil dann würde man hier oben rauskommen nochmal. Vielleicht. Und. Also ich muss noch ganz viel Holz gegen die, die da wechseln. Weil da einfach noch ein bisschen was fehlt. Aber ich glaube wir machen das einfach beim nächsten Mal. Wenn dann vielleicht auch meine Maus wieder funktioniert. Weil der nächste Stream ist eh nicht mehr lange hin. Spätestens Freitag. Ähm. Wegen Animal Crossing. Was wir ganz, ganz sicher spielen werden. Stundenlang. Ähm. Und da hoffen wir doch, es kommt auch wirklich am Freitag. Wenn ich dann am Samstag. Weil ich glaube bei mir und Emerson steht drin, dass es Freitag jetzt kommt. Weil ich habe mir das wieder in Hardcover gekauft, weil ich ein haptischer Mensch bin. Aber. Dann. Äh. Würde ich mich. Ich zeige. Heute nur kurz. Tut mir leid. Das nächste Mal wird wieder länger. Und dann würde ich euch. Einen wunderschönen Tag noch wünschen. Mal hier aufs Ende umschalten. Mal hier aufs Ende. Mal hier aufs Ende. Mal hier aufs Ende. Mein Mikrofon ist auf dem Ende Bildschirm aus. Ich habe jetzt gerade. Die ganze Zeit geredet. Und mein Mikrofon war nicht an. Okay. Ich habe mal um, ich habe jetzt aufs Ende. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und auf Wiedersehen. Und werdet nicht krank. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Jetzt aber. Tschüssi. 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 Vielen Dank.